Dann binden wir noch ein Seil dran, dann haben wir keinen Seilhund. Kannst du schnell wieder erholen, kannst du nicht sagen, ich kann mal die Person da hinterschicken, ja, könnt ihr. Mit den Abgestorbenen. Vielleicht steh ich nicht so nix mehr. Spann, das Seil und hinterher dann anschließend auch die Leute da empfangen, nee. Brünnig, machen wir. Alles klar. Hier holen wir mal ein Handschuh. Ich trage hier die Sicherung mit Halbmaßbruch. Ihr seid schon ausgerüstet. Das Schieff hat sich gerade ausgerüstet. Ha! Das reicht. Einlegen, etwas hoch. Ich wollte schon runtergehen. Ganz wichtig, die Kommandos absprechen. Du fragst Sicherung klar. Er guckt nochmal nach und er sagt, Sicherung ist klar und dann geht es da allabwärts. Ist klar? Möchtest du langsam runter? Moin. 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 Lässt du langsam runter? Ja. Sicht! Ja. Nein, ich will es noch! Komisch, bei mir geht das schneller! Warum bloß? Was ist hier los? Ich will es noch nicht mehr. Ich habe hier noch nicht mehr als die Schraubflugge. Ich habe hier noch nicht mehr oder weniger als die Schraubflugge. Das ist mir wieder so, dass ich dich nicht mehr auf diesem Schraubflugge bin. Es ist ein sehr schöner Brunner, aber es ist es noch nicht mehr an das Schraubflugge. Ich habe hier noch nicht mehr als die Schraubflugge. Was habe ich? Hast du den Autoschlüssel stecken lassen? Ja. Gut.